Musik 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 Moin Moin, da sind wir wieder zu Guild Wars 2 So, anscheinend kommt man jetzt auch durch Okay Ja, die ist auch dabei Hallo Ich hab keine Ahnung was man drücken muss So, das muss jeder für sich drücken Willkommen Crewmitglieder Auch dies wird wieder ein strahlender Tag im Labor Alpha 1 9 Wo wir heute das Morgen von gestern erschaffen Das ist wieder was lustiges Mh 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 Warte mal Moment, jetzt hab ich's doch Wo ist das Ding noch an? Ich hab wieder aus Einer Mh 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 Ey Ich hab ja alle aus Mh 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 oder alan jetzt sind alle aus kommen wir trotzdem nicht durch das ist jetzt einfach lange genug gedauert dass ich durch darf hier sind jetzt schön alle aus ich mag das knopf rätsel hier nicht oder alle an sein ok zuverlässig die zukunft der kommunikation da hast du es geschafft und jetzt durchs portal oder wie ich verstehe das nicht ja jetzt bin ich irgendwie durch ich habe keine ahnung in welcher reinfragen jetzt durchs portal da ist auch sascha man muss es ja auch einzeln machen kann das anscheinend ja nicht für andere mit aber da ist auch wo ist denn jetzt hin da oben da mal hin mal sehen wo da einander ist da wird schon was sein da ja genau da kommen wir hin ja himmelsschubbel schneller hat die ehrlich recht eigentlich will ich das nicht aber ein rennen mit wasser mit rochen oder was ja da über wasser würde ich das glaube ich so machen wir haben jetzt wild auf buttons rum geklickt ja ja Aha, okay, das ist der Geysirschub. Genau, Unterstützungszeichen, ja. Für vier Events, ah, okay. Das hatte ich da im Hilden-Chat noch gar nicht gelesen. Auf geht's. Klopp. Aha. Wo ist jetzt das nächste? Da. Haben wir das eine noch angezeigt? Bin ja doch durch. Okay, das war ein sehr schlechter Start für mich. Aber wie kriegt das denn da hoch? Wie kommt man da hoch? Ach du Scheiße. Vielleicht hier hinten rum? Ah. Und jetzt? Ah, okay. Hinten war richtig. Ja. Hey, diese... Haie, die auf einen zuspringen. Ah, und dafür ist auch diese Fontäne sehr gut geeignet. Echt? Oh. Die habe ich für die hohen Sachen. Die habe ich zuerst gar nicht so wahrgenommen. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Aber damit kommt man da natürlich ziemlich gut hoch. Geht auch recht schnell wieder auf. Ey, diese... Hat er nicht genommen. Hopp. Jetzt aber... Ich hoffe, hier ist echt noch ein bisschen Puffer drin. Nöt Flop Ha, wieder hinterher die Nichts, rechts, links, da Mist, lass mich in Ruhe Fast Dass man auf solchen Rennstrecken auch noch Gegner sind Hätte da nicht vorher mal jemand aufräumen können Sogar mit Event in der Nähe, Verteidigungsevent, super Okay, angekommen Okay, Papa ist gerett mit seinem ganzen Nachwuchs Wir sind da Von diesem Strand aus können wir zur Blutwucht segeln Ohne Chef Alle Versuchsobjekte sind ins Labor zurückzubringen Komm, Feld Erhilfe euch Ach, was soll ich hier machen? Harte Navibstoffe Was soll ich hier machen? Tja, jetzt geht es Nein, du wirst Drei 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 Das war's für heute. Ach, schön weiter draufschlagen. Ach, jetzt teilt der sich auch noch. So, bin doch. Ah, das gibt 5 Almakan. Okay. Anscheinend habe ich 4 von 4 Events gehabt. Was gab's denn? Ich hab nur 5 dieser Almakan-Abzeichen. Ne, hab ich noch nicht. Ja. 20 in Kirstur, das hab ich bestimmt noch nicht. Oh ja, nehm ich mal an. Ein Event, glaub ich, bräuch ich noch. Okay. Nein, da geht er hinten. Oh, da ist noch eins. Oben. Ja. Auf dem Weg. So weit oben für meine Himmelsschuppe. Mit ihrem Asthma-Problem. So, da seh' ich Nana. Sehr schön. So weit oben. So weit oben. wie meint jene ja okay habe ich gerade bekommt und ich glaube ich habe aber noch nicht das für 20 vielleicht habe ich die aber auch schon bekommen bei dem einen ich finde das sehr interessant dass wir jetzt hier warten sind das ist doch neu oder nicht da habe ich mir diese ecke hier nie angeschaut musst du ja ne hast du ja nicht mehr auf 100 oder nicht ja aber hier ist jetzt auch keine direkte sehenswürdigkeit deswegen kann man auch vielleicht dran vorbei gelaufen sein sollte es kommen ich bleibe die himmel schuppe da und so einen kleinen laser strahling sie nach unten scheint unten zu sein das event ja als ich gerade hau irgendwas macht hier so richtig heftig schaden wir haben wieder hotz auf dem boden ach das sind diese offiziere zu jackal dinger glaube ich sie sind so richtig böse ich stehe wieder das wäre schön wahrscheinlich haben wir jetzt die events zusammen also ich habe es du auch sascha ich glaube ja also ich habe die gerade die dings bekommen die fünf marken gab es gibt es einen namen für das mit den 20 genau täglich wenn man kann sonne events schon wieder mal rein ich brauche nur sechs inquestur gegner wenn beim herz ich würde hier einfach da soll der genügend inquestur rum laufen bist du denn jetzt ich habe eine weg marken postet genau da ist ja das herz da sind laufen hier genug rum genau da brauche ich jetzt auch drauf das sollte er eigentlich dieser karte sollte er eigentlich echt genügend inquestur rum dackeln will man mal so inquestur fritzen haben dann findet man sie nicht ja 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 Okay. So, Anführer der Olmakan, Einbach. So, wer will mein letzter Inquestur-Toter sein? Zack. Sehr schön, gibt auch noch einen. Kurz hier ein bisschen raus, um dann mal, um mal in die Liste gucken zu können. So. Okay, dann soll man Olmakan spenden. Dafür gibt es noch mal einen extra. Ein anderes gibt es für Drachehilfe. Okay. Okay. Aber dafür können wir dann, glaube ich, zum August Nordens Umblick. Ja, klar. Erst fertig. Wo sich das denn, dass ich sechs killen muss? 20. Ich hatte gedrückt auf, ich weiß gar nicht, wenn da hinkommt. Bei den Beherrschungen. Erfolge meine ich. Entschuldige. Dann gibt es Bonus-Events. Ja, ich muss einmal kurz hier raus und dann scheiß ich mir an. So. Ah. Erfolge. Und dann? Bonus-Events. Ja. Anführen der Olmakan. Da solltest du Sonderevents abgeschlossen haben. Und täglich ist auch Olmakan Gegner. Ja. Fünf brauche ich noch. Okay. Joa. Dann muss ich einmal fünf kühlen. Und das andere, wie gesagt, ist... Ich bin ja nicht hier oben. So, nochmal dafür, dass ein paar weniger Tümpchen hier... Boah, gerade schön dieses Event gestaltet hier, oder was? Haha. Hab sie voll? Ja, ich hab... Einfach nur ein Kristall eingesetzt. Achso. Ähm... Ist voll? Ja, jetzt hab ich nur noch zwei. Einmal tägliche, äh... Mission. Genau. Und Spenden. Eine Mission sollte ja auch das sein, was wir im Auge des Sonnen machen. So ein Spenden ist, glaube ich, auch bei der... Bei der einen... Schadame im Auge des Nordens. Okay. Dann bin ich ready. Dann... Mal kurz auch in die Gruppe rein, damit das auch... Ali mitkriegen kann. An der Stelle erstmal ein... Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.